Guten Tag miteinander, ich bin Thomas Schaffelbach, ich arbeite bei der SPK Gorkommunikation. Ich bin heute in Ziegelbrück und bei mir ist der Hugo Zabor. Er will euch erklären, was ein Zwecksignal ist. Das Zwecksignal zeigt uns drei Fahrbegriffe. Halt, mit Vorsicht oder mit Fahrt. Die Zwerge werden gebraucht für den Rangier und bei Zugfahrten. Wenn wir den Fahrbegriff brauchen, verlangen wir den Fahrdienstleiter in Zürich. Der Rangier Ziegelbrück vom Gleis 1 73. Antworten. Das ist richtig fertig. Jetzt sieht man hier, dass der Fahrdienst den Zwerg auf Fahr gestellt hat. Die zwei Lampen leuchten hier und jetzt darf ich den Rangier fahren. So funktionieren die Zwerge.